Und jetzt geht es aber mal los. Uh, Krotus-Rennanstalt. So, darf ich jetzt mal hier rausfinden, wie ich mich... Ich habe so viele... L1 ist ducken, L2 ist rennen. Nee. Nee, L2 ist rennen. Ah, der Geist! Oh, wie ging das hier nochmal? Wie kann ich eigentlich mit meiner Taschenlampe anhalten? Okay, er ist hinter mir, er hat mich schon einmal gewatscht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es geht. Bist du im Haus, in diesem komischen? Ja, in der Kirche. Scheiße, er ist hier irgendwo bei mir. An ihm! Oh, Gott, wie ist denn der... Ach so, das war logisch. Gut. Er hat mich. Ja, ich sehe es. Aber ich wicke mich frei! Du frei? Frei. Was wäre das denn irgendein... Oh, ich sehe dich. Kann ich zu dir? Ja, er ist weg. He is weg. Los, gib Stoff. Wie ging denn hier rennen? Oh, er ist schon wieder hinter mir her. Naja, er ist hinter mir her, oder? Nö, hinter mir. Wie war das? Man tötet nicht die, die schon mal getroffen wurden. Ja. Er hat die ganze Zeit nur gelauert. Und jetzt nimmt er mich wieder hoch. Lops. Lobster. Lops. Lops. Nochmal bitte. Oh, ich kämpfe schon. Ja, er kämpft aber bei mir herum. Jetzt ist er weg. Jetzt ist... Ja, ist sehr gut. Ah, warum ist... L1 bitte. Kannst du mich heilen? Nee, ich hab nix. Ja doch, du kannst mich ja heilen. Auch ohne was zu haben. Ach so, stimmt. Ja, dann komm zu mir. Ich bin jetzt, äh... Auf der anderen Seite der... Ja, ich geh jetzt mal in die Kirche ganz, ganz oben hin. Er ist... Er kommt... Äh... Nee, er kämpft wieder da irgendwo rum. Bin da an dem Generator. Ja, ich komme. Wenn du das bist. Kannst du ihn auch retten, der da hängt. Nee, 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 nee. Der schleunzt da die ganze Zeit rum. Soll ich dich erstmal heilen? Bist du das hier? Shit. Sorry. Er ist hinter dir. Boah! Boah, sag das doch. Ja, das war's. Für mich. Ah, der Anfang war schon scheiße, ey. Drei Meter gerannt und er war direkt hinter mir. Ah, fucker. Ja, ich hab mich geopfert für euch. Jetzt ist es raus. Und ich krieg ne Medaille. Blutiger Anfänger. Ja, nee. Blutiger Millionär. Fortsetzt ein Zuschauer. Was ist das denn? Ah. E-e-e-e-e-e-le... Denkst du daneben? Naja, die anderen machen aber Quatsch in Generatoren. Können sie auch machen, ist ja gut. Ja, von Generatoren ist auch gerade gar nicht so schlecht. Zwei schon gemacht, die anderen machen das. Vielleicht schaffen sie es. Oh, er ist in der Nähe. Jetzt versuchen sie durchzuziehen. Da kommt er, die Treppe hoch. Ne. Aber er ist direkt daneben. Meine Güte, hat die einen... Komm schon, rette mich, rette mich. Hat die einen Gammelarsch hier, so ein Gaulhintern. Das ist ja riesig. Ne, er folgt denen. Shit. Oh oh. Da kommen doch schon die Haken um dich drum herum. Ja. Na, das war's für ihn. Aber er kann nicht hier hinlegen. So, was macht die andere? Shit. Ah, die kommt auf euch zu. Jetzt muss ich kämpfen. Die andere versucht's. Ah, jetzt wäre natürlich ihre Chance, dich zu... Oh ne, er will... Die andere will den anderen retten, ja. Oh, ich glaube, sie wurde gesehen. Ne, das gibt's doch gar nicht. Oh, der andere hat sich kunstig befreien. Ah, da hat er so einen Perk gehabt. Sehr geil. Jetzt kommt's auf dich zu. Ja, ich seh's. Jetzt müsst ihr euch mal gegenseitig heilen. Natürlich wieder zu mir, du fucker. Oh, wie viel hältst du denn bei uns? Ich bin auch da nicht geheilt, ehrlich gesagt. Und ich bin jetzt, denke ich, tot, weil ich schon kämpfen musste. Oh ja. Deswegen. Ja, ist irgendwie dann doch geiler, vielleicht ein Heilpack mitzunehmen, als diese komische Brotbüchse. Hat mir gar nichts gebracht, die Brotbüchse. Ich hab einmal ganz kurz drangehangen, ansonsten war ich nur auf der Flucht. Ja. Oh oh. Sorry, kann ich sehen, ist mir jetzt so schnell. Weiner Gamburgo. Und dann passiert der Fehler. Das kann man natürlich taktisch herausnutzen, ne? An so ein Generator gehen, verdrücken. Ja. Da ist er. Oh oh. Der Geist ist aber auch schnell, oder? Jetzt haben sie's, können sie's vergessen. That's it. Sie kämpft noch. Doch alle wissen, dass es vorbei ist. Das bringt nichts. Zack. Da bimmeln die Glocken des Todes. Bimmelus, bimmelus, bimm. Tja. Meine Glocken haben zuerst geläutet. Ding dong. Ach, ist auch nett, dass bei ihr noch angezeigt wird. Guck mal, jetzt ist die Falltür offen. Dann Körg ist wieder da. Ja. Ach so, ich dachte eher, die Falltür oder die Klappe. Die Babyklappe. Na ja, war die erste Runde? Jetzt wird's, jetzt wird's besser. Na, mal gucken. Fortschritt verfügbar. So. Ich geh jetzt wieder in die Lobby. So, wo sind wir? Oh, du bist direkt neben mir. Autohaven. Hallo. Echt? Ach, Hallöchen. So. Oh, wir sind alle auf einem Fleck. Schnell weg. Jetzt hat vielleicht einer ausgewählt als Special Turk. Warte mal, wo ist denn hier? Ja, der Killer. Da hinten kommt er. Ich seh ihn. Wo hinten? Da. Was ist es denn? Äh, weiß ich nicht. Ich hab da hinten nur rumflitzen sehen. Ich weiß nicht, wo hinten ist. Da, wo ich gerade hinlaufe, oder wie? Ich weiß nicht, wo du hier hinläufst. Oh ja, da kommt er. Das ist Michael Myers. Der beste Killer. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Ich mach erstmal hier seine Kaktur kaputt. Geh weg! Ist er hinter dir her? Weiß ich nicht. Fuck! Nein, er ist bei mir! Er versucht mich zu stalken. Wo bist denn du? Quatsch. Muss ich mir nicht sagen. Er stalkt mich halt. Ich bin gefährdet, ich bin gefährdet, ich bin gefährdet. Hä? Heißt das jetzt, dass er bei mir ist, oder? Er ist bei mir! Wann soll mich das Spiel nicht so erschrecken? Oh oh. Shit. Oh, du bist in meiner Nähe. Versuch dich mal komplett... Ah, okay. Ging, ich hab ein bisschen versucht, mich zu heilen, aber... Sag mir, wo er ist. Er läuft. Weiß ich nicht. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Er ist weg von dir. Ich heil dich gleich. Geh da in die Hütte rein, ne? Okay. Aber nicht hier, der weiß doch dann, dass wir hier sind. Was gibt's daran nicht zu verstehen? Na, in die Hütte rein... Der weiß doch ganz genau... Ich mach sein Totem hier mal kaputt. Ja, das ist ein... Hab ich eigentlich auch versucht schon, aber... Du musst irgendwie hier bleiben, ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ich bin hier an dem Generator. Okay, ich versuch dich dann zu heilen. Ich hab ja hier so ein Medi-Pack. Dann komm hierher, heile mich. Ja, ich mach erst mal das Totem kaputt. Ich weiß zwar nicht, irgendwas muss es ja... ...bringen. Hab ich mich selbst vor einem Quick-Time-Event erschreckt. Hey, du bist doch gar nicht hier. Ach so, du warst es. Ich dachte, das wär der Killer. Wo bist du denn jetzt? An dem Generator. An welchen, an dem... Da bist du gerade vorbeigelaufen. Hier. Ja, ich sitze da hinten dran. Da hinten ist ein Generator, der ist übrigens... Kannst du mich heilen in der Zeit, oder geht das nicht? Nein, kann ich nicht. Da hinten ist ein Generator, da... Den können wir ohne so einen Schruz hier machen. Heile sie auch gleich. Nee, geh mal da hinten hin, geh mal da hinten hin. Hier ist ein Generator, der geradeaus... Der ist besser. Kommst du? Ja, ich durchsuche die Kiste hier. Der Generator ist nämlich nicht verflucht, oder was auch... Oh, er ist hier. Ist er denn da mehr her? Ja, du Held der Nation! Was ist denn das für ein Vollpfosten, den ich spiele? Mann ey, dein Hirn in die Wurstscheiße getaucht. Oh, ich könnte ausrasten mit so einem Vollpfosten. Er hat die Palette umgeworfen vor sich und nicht hinter sich. Der absolute Klassiker, Mann. Oh, ist das ärgerlich. So eine Scheiße passiert über Freitag nicht hinten. Und vielleicht jeder 30. Runde. Trottel. Du bist wieder an dem Generator da hinten dran, oder? Er ist gleich fertig. Er ist verflucht. Warum nimmst du nicht den anderen Generator hier gegenüber? Der geht tausendmal schneller. Er stalkt dich. Er steht zwei Meter hinter dir. Ich weiß. Er stalkt dich immer noch. Ich weiß. Was soll ich machen? Wo soll ich denn hin? Das weiß ich auch nicht. Ja, jetzt renn doch mal! Ich? Ja, ich. Sie hat mich gerettet. Du machst es ja nicht. Mann, ey. Mach ich extra den Palettentrick und er haut sich das Ding selbst vor die Mütze. Trottel. Okay. Okay, sie will unbedingt das Ding da machen. Er will mich unbedingt stalken. Natürlich. Kann er dich ja one-hitten. Fuck. Okay, ich seh dich. Er hebt dich nicht auf, oder? Ja. Hingst du schon mal? Ja. Oder? Ja. Das war doch sein erstes Opfer. Okay, die eine versucht dich zu retten. Der kommt auf uns zu. Scheiße. Come on. Rette mich, rette mich, rette mich. Ja, musst du kämpfen. Ich kämpfe schon die ganze Zeit. Dann sag das doch. Okay, er hat gerade die andere. Das ist gut. Er hebt sie auf. Okay, komm hier hinten. Hinter das Auto. Er ist doch hier irgendwo, oder? Ja, komm her. Er ist da. Heißt du mich? Ja, nein, nein, nein. Okay, jetzt. Dann müssen wir sie retten. Ganz schnell. Er ist gerade links von dir. Er verfolgt sie. Okay, ich rette sie. Komm, 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 komm. Was ist denn? Ach, ich muss gedrückt halten. Sag das doch, Spiel. Ah, scheiße, meine Heilboxes alle. Nein, nur noch nicht. Aber wie kannst du denn... Okay, wir brauchen noch einen Generator, dann haben wir's. Hier hinten ist auch schon einer an. Ich weiß, ich bin noch gerade an einem dran. Ach, dann bist du das wahrscheinlich. Oh, shit. Warum schreie ich eigentlich so? Oh, oh. Da ist er. Er ist hier. Ich sehe ihn. Er ist weiß, er verfolgt die. Ich bin fast fertig. Na gut, ich habe die Hälfte vom Generator. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das bist hier. Wir haben auch einen. Wir sind fast fertig. Ich glaube, wir sind alle hier dran, oder? Ja, kann sein. Das kann sein. Ist auf der anderen Seite? Nö. Aber wir sind zu dritt dran, dachte ich. Gut, wir haben's. Wir sind fertig. Ah, du bist zu dritt. Okay, ich mache auf. Wo ist der Ausgang? Da. Wir müssen sie noch retten. Wo ist sie? Gehst du links, Hagen? Ich gehe links. Da ist er, da ist er. Er sieht mich. Rette, rette sie. Ich versuche. Okay, er ist hinter dir her. Er ist hinter mir. Fuck. Er ist jetzt hinter dir her. Ich liege hier nur. Hä? Ach so, er hat den Super-Stalken-Moder. Moda, Moda. Fuck, ey. Vielleicht schaffe ich's. Nee, hier drüben war doch direkt das Ding, ne? Ey, weh. Ich sterbe jetzt hier gleich, Leute. Ich hing noch gar nicht. Oh, oh. Hitschnapput. Warum muss ich immer gleich kämpfen? Ich raff das nicht. Verstehst du das? Ich muss jetzt schon kämpfen. Was? Ja, ne, nicht. Oder? Hing ich schon mal? Ja, ich hab dich doch gerettet, oder? Ach, stimmt. Aber trotzdem. Ich dachte beim dritten Mal. Rette mich. Du bist gerettet. Heilst du dich hoch da hinten? Bin ich schon. Mir fehlt nur noch ganz wenig. Du läufst direkt auf mich zu. Direkt auf mich zu. Hier bin ich. Soll ich dich heilen? Mach was auf. Mach das Ding auf. Ich weiß nicht mehr, was das ist. An der Wand, hinter dir. Er wird da bestimmt sein. Scheiße. Warum ist sie umgefallen? Soll ich es ganz aufmachen? Ja, ja, mach ganz auf. Sie muss sich hochheilen. Wir müssen ganz aufmachen, dann heilen wir uns gegenseitig hoch und dann helfen wir ihr. Ich gehe hier raus. Nein. Wir müssen sie retten. Nein. Doch, warte. Sie rette ich noch. Sie rette ich noch. Der hat hinten links den Aufgang gerade. Ich sehe ihn. Schafft ihr es? Naja. So, jetzt. Habe ich es? Ja. Jetzt müssen wir abhauen. Die hängt da hinten. Die ist tot. Okay. Ja, wir sind raus. Ja, wir sind raus. Schafft mal. Geil. Was macht sie? Scheiße. Sie liegt schon wieder im Boden. Warum? Hä? Keine Ahnung. Sie erholt sich gerade schon wieder. Ja, das kann ich nicht. Sie steht direkt hinter mir. Ah, ne, ich hau ab. Es geht nicht. Warum ist sie nicht einfach zum Ausgang gerannt? Die andere war doch schon tot. Ich weiß nicht, wo ist sie denn hingerannt? Zu ihr oder was? Ne, die Hütte in die Mitte. Und da stand er direkt und hat die eine verpasst. Und die hat ja nur noch einen Schlag ausgehalten. Ach so. Deswegen. Aber wir beide haben es geschafft. Geil. Zweite Runde. Und wir sind endlich wieder drin. Wir sind zurück. Gegen Michael. Hammermäßig. Das war gut. Haben aber alle gut zusammengespielt. War eine gute Runde. Das hat dann auch Spaß gemacht. Ja. Es geht gut. Ja. 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 Vielen Dank.